Willkommen zurück bei DinoHorde und WolfbyteLP. Bei mir ist mein Tischmülleimer Darkslicer. Sag hallo. Was macht dein Tischmülleimer? Du bist mein Tischmülleimer. Seit wann bin ich dein Tischmülleimer, sag mal. Seit ich das gesagt habe. So, ich starte das Spiel. Wir machen heute ein One vs. One. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht so extreme Slowdown zum letztes Mal. Ja, also, dazu möchte ich sagen, ich hocke weder bei dir unter den Tisch, noch schlucke ich deinen Müll. Und ja, dieser Ausdruck war absichtlich gewählt. Es gibt nur eine Klasse. Ja. Ach ja, jetzt beginnt erst das Match. Ich bin eben die ganze Zeit schon rumgelaufen. Ha, ich bin Erster. Hast du auch nur zwei Waffen? Zwei? Ich habe bloß eine. Ach doch, ich habe noch eine zweite. Ok, so wie es aussieht sehen wir uns jetzt nicht mehr auf der Map. Das kann ja lustig werden. Ich weiß nicht, ich will nicht hier weg. Tja, wo steckst du, Typ? Ja, das wüsste ich auch gern. Ja, ich habe dich vorhin gesehen, aber oh, was war das? Da war es. Bis jetzt ist doch nicht sehr viel Action dabei. Ey, geh weg. Der Arsch trifft mich noch. Achso, ich bin schon gar nicht mehr unsichtbar. Kannst du mal mit dieser beschissenen Klinge weggehen? Ok, ich habe so ein Problem, so ein kleines. Ich sehe schon, das wird ein Massaker. Oh ja. Ah, Topcat. Einer von fünf. Das Match scheint jedes Mal neu zu starten. Sehr interessant. Ja, wir haben den Modus nämlich auch noch nie ausprobiert. Fangen wir jetzt auch zum ersten Mal. Man hat halt zwei Waffen. Einmal die Cryoblade und einmal eine Automatikpistole. Ich sollte damit aufhören. Ich habe mir angewöhnt, mit LB zu sprinten. Und ich mache mich hier jetzt nur jedes Mal unsichtbar. Relativ unpraktisch. Ähm. Wo steckst du, Typ, schon wieder? Sehr actionreich, muss man schon sagen. Ah, hör auf damit. Das ist eher eine Jagd. Ja, aber wer ist der Gejagte? Ja, ich. Richtig. Wir wissen beide, wie schlecht ich ziele, also. Okay, versteckst du, Typ, schon wieder da unten. Ich glaube, ich sollte mal die Animation anmachen für den Schaden, weil sonst weiß ich nicht mal, ob ich dich überhaupt treffe. Ich habe noch volles Leben. Ja klar, weil sich der Schild auch irgendwann wieder regeneriert. Ja, du hast mich ein paar Mal getroffen jetzt. Hörst du auf mich zu treffen? Das ist nicht nett. Ich fühle mich hier schon so ein bisschen wie Rambo. Oh, Insta-Dead, Alter. Was war das? Ich habe deinen Kopf getroffen. Achso. Sehr, sehr oft. Was, Fire in the Hole? Nein, weil ich habe nur gesehen, ich habe noch irgendwie 90 Schild tot. Jo. Ja, jetzt habe ich dummerweise durch das Ende der letzten Session, da haben wir privat nämlich ein bisschen gespielt, die Musikeinstellung geändert. Ich fürchte, es ist mal wieder ein bisschen laut jetzt im Video. Damit müsst ihr leben. Womit ihr auch leben müsst, ist, dass ich mal wieder vergessen habe, den Timer zu stellen. Wir müssten seit ca. 5 Minuten spielen. Gut, passt. Dann mache ich bei 10 Minuten einen kurzen Cut. Also, ich denke mal, wir haben insgesamt ein 20 Minuten Timelimit auf diesem Mode. Ja, glaube ich auch. Ja, man merkt, wir sind Profis. So präzise wie wir schießen. Gut, ich muss mal schauen, dass ich irgendwann den Schaden wieder einstelle, weil das geht mir ansonsten auf die Nerven, wenn ich nicht sehe, ob ich überhaupt Schaden mache. Kannst dann am Ende das Video gucken. Ja, vielen Dank. Das bringt's mir dann auch. Ähm... Heute, also das heute, wenn ihr das Video seht, müsste Samstag sein, wenn ich mich nicht irre. Also, beziehungsweise, wenn ich's hochgeladen habe. Nicht, wenn ihr es seht, weil ich weiß, wann ihr guckt. Ah, interessant. Was los? Scheinbar kann man sich an Objekten, wenn die Leertaste gedrückt hält, hochziehen. Okay. Zumindest habe ich da eben über die Kisten hier hinten so eine Art Supersprung gemacht. Lass mich raten, ich hab dich eben kein einziges Mal getroffen. Richtig. Du versuchst es auch permanent mit dieser beschissenen Blade, oder? Ah, du willst mir ne Chance geben. Sehr nett von dir. Cool, ich kann das Marke-Jedi-Ritter machen. Ich kann cool mit dem Schwer abwehren. Du hast mir mit One-Hit einfach mal 50 Schaden gemacht. Ah, okay, ich glaub... Ich seh's, wenn ich zum Beispiel L 2 jetzt drücke. Oder sind die Großbuttons eigentlich 2 oder 1? Ich hab keine Ahnung. Egal. Ähm, die Trigger sind 2. Also, wenn man's auf die Playstation überträgt, wäre es L 2 und R 2. Ich benutze nen Xbox-Controller. Ja, das sind Trigger. Ich hab dich grad... Alter. Mit meinem ganzen Mag grad nicht ein einziges Mal getroffen. Ich hab auch keine einzige Kugel gesehen, wenn ich ehrlich bin. Äh, Leute, ich hab die ganze Zeit geschossen, na egal. Ah, hi. Wie hab ich dich grad erwischt? Ich hab keine Ahnung. Ja, du lagst mal wieder ein bisschen. Oh, cool. Lecker von dem. Hey, es gibt aber den Part Buggy Saurus schon. Da kann ich dich nicht auch so nennen. Tja. Du kannst mich ja jetzt Buggy, du kannst den Part ja Buggy Jedi nennen. Ne, danke. Aber ja, wär doch was. Cooler Partner, aber die Rückkehr der Jedi-Ritter. Tja. Tja. Allerdings hast du meine Taktik mit dem Unsichtbarmachen von hinten angreifen mit dem Schwert, ähm, kopiert. Okay, verdammt. Hör auf nicht anzugreifen, während wir beide unsichtbar sind. Hi. Hörst du auf damit? Ja, du standest irgendwie immer ganz knapp vor mir, aber ich weiß nicht, war ich bei dir noch weit entfernt? Ne, aber weit genug. Ich würd mal sagen, eine schwertbreite Abstand. Ja. Das Schöne ist ja, mit der Rechtsklick kann man das Schwert so ein bisschen blockend vor sich halten. Hab ich gemacht, hat noch nichts gebracht. Alle Kugeln haben getroffen. Ja, damit kannst du so ein bisschen rumwedeln. Ja, ich weiß, das ist mal wieder zweideutig bla bla bla. Ja, ich geb mir schon Mühe die ganze Zeit nicht zweideutig zu reden, aber heute ist wahrscheinlich mal wieder so ein beschissener Tag. Ja, vielen, vielen Dank. Ist klar. Ich bin der Jedi. Gut, ich wurde komplett vernichtet. Komplett vernichtet. Ich bin Meister Yoda und ich nehm schon wieder viel zu lang auf. Ja. 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 Gut, dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal mit mir und dem Fischmühleimer.